Die Fahrgarte, die Profigarte, die Profigarte, sie ist sehr dünn und auch sehr zart. Was ist mit ihr geschehen? Hab lang sie nicht gesehen. Dies ist das Resultat nach einer bösen Tat. Zum Zähneputzen deklassiert, die Zwischenräume ausrasiert, das darf man so nicht machen. Der Zahnstocher, der löst die Sachen, wenn der Schaffner dann bemerkt. Die erste Klasse ist nicht vermerkt, denn sie ist dort nicht mehr zu sehen. Weggerubelt, aus Versehen, hast du die Identität verloren, bist vielleicht gar nicht geboren. Wirst aus dem Abtei gewiesen, wenn du Becherst ausgewiesen, teilnahmslos stehst du im Wald. Das ist die erste Klasse halt.